Ich hab neun gedreht Super Bäh Ernsthaft? Wird immer besser hier Ja geil Abgeschmiert Vielleicht kack Internet Soll ich jetzt bekommen? Nix, oder? Du hast ja immer noch 10 Kisten Niklas Hm, weiß ich nicht, was ich bekommen hab Immer ein Skin Ja Habe ich schon? Gamestone Hm 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 Ja, es wird immer... Wird immer besser Hä? Ich hab'n jetzt bekommen Ich hab'n jetzt bekommen Kein Gamestone Naja Das war's wohl Das war's wohl Kannst du sie nicht einfach mal mit dem Kabel kaufen? Nee Du hast wohl nur 3 Kisten überall Ja Kostet aber zu viel Warte ich lieber bis ich die gratis bekomme Achso So Die 750er werden jetzt Umgedienst Umgedienst Karte spiel ich nicht Ja, den Scheiß Den hast du schon, hast du gesagt Nee, hab' ich doch nicht Nee, hab' ich doch nicht Was sind die anderen Nautilus gehen Hm Hier was kann's Hm Naja Kann ich mir auch immer 3 holen Ich hab' Sonntag noch Brauch' ich spiel' also nicht Karte spiel' ich auch nicht Wenn man schon orangene Essenzen bekommt Dann kann der Skinnic sein Ja Geil, ja So, auf Wiedersehen Viel Spaß euch